Statt Selfie-Bearbeitungs-Apps zu nutzen, schminkt euch lieber wirklich. Hallo, ich bin Christoph von mobil-sicher. Heute geht es um Selfie-Bearbeitungs-Apps. In diesen Apps kann man Gesichter verändern. Man kann sie den gängigen Schönheitsidealen anpassen oder sie zum Beispiel viel breiter oder viel älter aussehen lassen oder einfach lächeln lassen. Die Ergebnisse sehen oft sehr realistisch aus und man kann natürlich auch Filter auf die Gesichter legen, also zum Beispiel zu allen möglichen Anlässen, Hasenohren zu Ostern oder Halloween-Schminke zu Halloween. Die erste Selfie-Bearbeitungs-App, die so richtig bekannt wurde, die war FaceApp. Die hat 2019 einen richtigen Hype ausgelöst, weil auf einmal alle möglichen Prominenten diese App benutzt haben und die Ergebnisse in Social Media geteilt haben. Inzwischen gibt es aber richtig viele Apps dieser Art und die werden auch richtig oft heruntergeladen. Allein die sechs Apps, die wir getestet haben, die kommen zusammen auf über eine halbe Milliarde Downloads. Diese Apps haben wir getestet. Kategorie Fotografie Selfie-Bearbeitungs-Apps Geprüfte Apps Fotolab-Bildbearbeitung Über 100 Millionen Downloads 4,6 Sterne YouCam Makeup Über 100 Millionen Downloads 4,4 Sterne Beauty Plus Über 100 Millionen Downloads 4,3 Sterne FaceApp Über 100 Millionen Downloads 4,6 Sterne Perfect365 Über 50 Millionen Downloads 3,9 Sterne Facetune 2 Über 50 Millionen Downloads 3,9 Sterne Die Handhabung der Apps ist immer dieselbe. Man lädt ein Foto hoch oder macht direkt in der App ein Selfie und kann es dann anschließend verändern. Bei einigen Apps kann man auch das Live-Video-Bild der eigenen Handy-Kamera direkt nutzen und darauf Filter anwenden. Und viele Apps sind auch zusätzlich als soziales Netzwerk konzipiert. Also man kann NutzerInnen folgen, Bilder teilen und liken. Was die Privatsphäre anbelangt, drängt sich natürlich vor allem eine Frage auf. Nämlich, wie gehen diese Apps mit euren Fotos um? Und hier direkt ein großer, fettgedruckter Warnhinweis. Finger weg von der App Perfect365. Denn der ist eure Privatsphäre wirklich vollkommen egal. Mehr dazu im Testergebnis. Aber wie diese Apps mit euren Daten umgehen, also eure Fotodaten mit eingeschlossen, das ist nicht das Einzige, was hier eine Rolle spielt. Denn alle diese Apps arbeiten mit Gesichtserkennung. Und Gesichtserkennung, das ist ein dicker Fisch. Deswegen muss man die Apps meines Erachtens in einem größeren Zusammenhang, nämlich in diesem Zusammenhang Gesichtserkennung, anschauen. Tasten wir uns da mal langsam ran. Wie funktionieren diese Apps eigentlich technisch und kann das überhaupt privatsphärefreundlich sein? Die Selfie-Bearbeitungs-Apps arbeiten alle mit Technik zur Gesichtserkennung. Das machen sie, damit sie gute Ergebnisse erzielen können. Technik zur Gesichtserkennung funktioniert in der Regel so, dass das Foto auf bestimmte Merkmale untersucht wird, sogenannte Gesichtspunkte. Mit diesen Gesichtspunkten kann man dann zum Beispiel dem Gesicht eine neue Frisur aufsetzen, ohne dass es aussieht wie eine schlecht sitzende Perücke. Aber man kann mit dieser Technik prinzipiell Gesichter auch identifizieren. Um ein Gesicht identifizieren zu können, müssen bestimmte Gesichtspunkte erfasst werden. Wichtig sind hierbei vor allem die Maße von Augen, Mund und Nase und deren jeweiliger Abstand zueinander. Daten, mit denen man ein Gesicht identifizieren kann, nennt man biometrisch. Kennt man vom Ausweisfoto. Biometrische Daten erlauben es also, ein Gesicht auf unterschiedlichen Fotos oder Videoaufnahmen als immer dasselbe Gesicht zu erkennen. Wenn man aber ein Gesicht als immer dasselbe Gesicht erkennen kann, dann bedeutet das, dass man eine Person identifizieren kann. Denn jetzt reicht es ja, wenn ich einmal diese biometrischen Daten habe, dass irgendein Foto oder irgendeine Videoaufnahme von meinem Gesicht mit meiner Person verknüpft ist. Also zum Beispiel mit meinem Namen und meinem Wohnort. Und dann kann mittels dieser biometrischen Daten mein Gesicht, also ich, meine Person, auf allen Fotos oder Videoaufnahmen erkannt werden. Biometrische Daten meines Gesichts sind also wie mein Fingerabdruck. Wie sieht es aus? Erfassen die Selfie-Bearbeitungs-Apps biometrische Daten unterschiedlich? Manche ja, manche nein. Die, die das nicht tun, die vermeiden das teilweise laut eigener Aussage ganz gezielt und nutzen stattdessen andere Gesichtspunkte oder weniger. Und das macht auch durchaus Sinn, denn für biometrische Daten da gelten laut EU-Recht strengere Datenschutzanforderungen. Und diese strengeren Datenschutzanforderungen, die will man vermeiden. Und deswegen vermeidet man es, biometrische Daten zu erfassen und zu speichern. Wenn ich mir jetzt aber sage, cool, dann nutze ich einfach einen Dienst, der keine biometrischen Daten erfasst und dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann ist das wahrscheinlich ein bisschen voreilig. Denn nur weil die erfassten Daten heute keine Identifikation zulassen, heißt das ja nicht, dass das morgen auch noch so ist. Stichwort technische Entwicklung. Zusätzlich ist es also wichtig, dass die eigenen Fotos und erfassten Gesichtspunkte vom Anbieter der App nicht gespeichert werden. Was morgen nicht mehr da ist, kann auch nicht verwendet werden. Okay, es ist also prinzipiell möglich, solche Apps technisch-Privatsphäre-freundlich zu bauen. Kann man dann damit noch Geld verdienen oder wie sieht es überhaupt gerade aus? Wie verdienen diese Selfie-App-Anbieter jetzt gerade eigentlich Geld? Auf den ersten Blick haben die App-Anbieter alle dasselbe Geschäftsmodell. Es gibt viel Werbung in den Apps. Das ist aus Privatsphäre-Sicht erstmal kein Problem, vorausgesetzt, die Werbung wird nicht personalisiert. Und man kann in den Apps In-App-Käufe tätigen. Das muss man machen, wenn man sein Gesicht über die spärlichen Basisfunktionen hinaus verändern will. Es gibt aber noch einen weiteren Weg, den manche App-Anbieter nutzen, um Geld zu verdienen. Und zwar bieten sie Kosmetikfirmen ihre Dienste an. Das machen sie in zwei Varianten. Eine Variante sieht man auch in den Apps. Kosmetikfirmen haben dort die Möglichkeit, Produkte zu bewerben, indem NutzerInnen ein Produkt direkt auf dem eigenen Gesicht ausprobieren können. Und dann gibt es auch immer Links dazu, zu den Shops, wo man dann das Produkt direkt kaufen kann. Perfect Corp, die Anbieter von You Can Make Up, macht das zum Beispiel so. Oder Perfect 365. Und in Sachen Profitmaximierung durchaus klug, finde ich, machen die App-Anbieter das so, dass nicht nur die Kosmetikfirmen dafür zahlen, dass sie ihre Produkte bewerben dürfen. Nein, auch die NutzerInnen müssen dafür zahlen, dass sie ihre Lieblingsmarken ausprobieren können. Die zweite Variante, wie App-Anbieter und Kosmetikhersteller zusammenarbeiten, die sieht man nicht in den Apps. Manche App-Anbieter verkaufen Software an Kosmetikhersteller für deren Webseiten, damit Kunden da direkt die Produkte ausprobieren können. Eine Analyse der großen Unternehmensberatung McKinsey hat gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell gerade in Zeiten von Corona besonders profitabel ist, weil die Leute dann halt nicht in den Laden gehen müssen. Ich halte mal fest, die App-Anbieter müssen nicht euer Gesicht verkaufen, um Geld zu verdienen. Es ist also nicht nur technisch möglich, sowas privatsphärefreundlich zu machen. Man kann auch ein Geschäftsmodell haben, das privatsphärefreundlich ist. Wir haben uns mal angeschaut, wie es in der Praxis wirklich aussieht. Hier kommen unsere Testergebnisse. Aus privatsphäre Sicht ist leider keine der von uns analysierten Apps empfehlenswert. Und dafür muss man noch nicht mal darauf gucken, wie diese Apps mit euren Fotos umgehen. Denn in allen Apps stecken Tracker von Analyse-Diensten und Marketing-Diensten, die erfassen Daten darüber, wie ihr die Apps nutzt. Und in allen Apps stecken auch Tracker, die eure Werbe-ID mit erfassen. Warum das mit der Werbe-ID ein Problem ist, das könnt ihr in diesem Video anschauen. Kurz gesagt, der Weg von der Werbe-ID zu euch als realer Person, der ist sehr kurz. Am allerschlimmsten ist die App Perfect 365. Die saugt Daten, was das Zeug hält. Da stecken 22 Tracker mit drin und 14 davon übertragen eure Werbe-ID. So viel zu euren Nutzungsdaten. Wenn ihr genaueres darüber wissen wollt, wie eine einzelne App abgeschnitten hat, könnt ihr das in unserem App-Checker nachgucken. Aber insgesamt kann man sagen, keine App ist besser als Score 3 oder Score 4. Die stellen also entweder ein mittleres oder hohes Risiko für eure Privatsphäre dar. Okay, wie sieht das jetzt aus mit euren Fotos? Wir gehen die Apps damit um. Leider können wir in unserem Testsystem noch nicht sehen, ob Bilddateien übertragen werden. Das heißt, wir können auch nicht sehen, ob Drittanbieter eure Fotos kriegen. Deswegen haben wir uns die Datenschutzerklärungen der einzelnen App-Anbieter mal ganz genau angesehen. Das Ergebnis 3 zu 3. Die eine Hälfte der von uns analysierten Apps, die versucht einigermaßen gut mit euren Fotos umzugehen und die andere Hälfte nicht. Ich fange mal mit dieser 2. Hälfte an, also mit den Apps, die nicht gut mit euren Fotos umgehen. Und da gleich mit der übelsten, dann ist die Katze aus dem Sack und es kann nur noch besser werden. Die App Perfect 365, die ist nicht nur in Sachen Trackern unterirdisch, sondern auch was den Umgang mit euren Fotos angeht. Und die Datenschutzerklärung von denen, die liest sich echt krass. Die sind da völlig unverfroren und schreiben explizit rein, dass sie alle Daten, die mit der App erhoben werden, verkaufen. Und die schreiben wirklich Sell in der Datenschutzerklärung, nicht so wie sonst andere Anbieter eher schwammig mit Partnern teilen. Unter den Daten, die verkauft werden, ist nicht nur euer voller Name und eure Standortdaten, obwohl das schon schlimm genug wäre, sondern zum Beispiel auch eure Kreditkartennummer. Und das war es noch nicht, denn jetzt komme ich zu den hochgeladenen Fotos. In der Datenschutzerklärung von Perfect 365 steht, dass die biometrischen Daten verkauft werden. Die verkaufen also tatsächlich die Daten, mit denen man euer Gesicht identifizieren kann. Da steht zwar nicht ganz genau Facial Biometric Information, sondern nur Biometric Information, aber welche biometrischen Daten sollen das denn bitte sonst sein? Das ist besonders brisant, dass sie biometrische Daten verkaufen. Denn biometrische Daten gelten laut der EU-Datenschutzverordnung als besonders sensibel. Das heißt, sie dürfen nur unter bestimmten Umständen verarbeitet und weitergegeben werden. Die Nutzerin bzw. Nutzer, die müssen zustimmen, dass das okay ist, dass das passiert. Und sie müssen wissen, was sie da tun. Sie müssen also ordentlich informiert worden sein. Perfect 365 führen diese Informationen jetzt einfach in der Datenschutzerklärung irgendwie unter vielen anderen Informationen auf. Ob das in Sachen Transparenz juristisch reicht, das müsste ein Jurist beurteilen. Aber selbst wenn, ich fände, das wäre zu wenig, denn mal ehrlich, wer liest bitte schön die Datenschutzerklärung? Die beiden anderen achtlosen Apps Facetune 2 und YouCam Makeup, die sind insofern ein bisschen besser, denn da werden immerhin keine biometrischen Daten erhoben. Aber beide Anbieter behalten sich vor, eure Daten im Zweifelsfall für immer zu speichern. Und Lightrix, der Anbieter von Facetune 2, der nutzt eure Fotos laut Datenschutzerklärung auch fürs Marketing. Nun zu den Apps, die nicht komplett daneben sind. PicSocial, der Anbieter von Beautyplus, der lädt eure Fotos zwar aufs Server hoch, verspricht aber, sie nicht an Dritte weiterzugeben und die Daten der Gesichtserkennung sofort zu löschen, wenn man die App beendet. Da gibt sich einer also offensichtlich Mühe. Fotolab von LineRock Investments, das ist ein bisschen schlechter. Da werden eure Fotos zwar auch nur relativ kurz auf den Servern gespeichert, nämlich zwei Wochen, aber der Anbieter behält sich vor, die Fotos zu Marketingzwecken zu nutzen. Besonders gut arbeitet der Klassiker FaceApp. Der nutzt eure Fotos laut Datenschutzerklärung tatsächlich ausschließlich für das Bearbeiten der Bilder in der App und sonst eben für nichts. Und die Fotos werden nur ein bis zwei Tage auf den Servern gespeichert. Und, das finde ich besonders bemerkenswert, die sind wohl Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, nur von eurem Gerät aus kann man auf die Bilder zugreifen. Die Videobearbeitungsfunktion von FaceApp, die wird übrigens lokal auf dem Smartphone ausgeführt. Da landet also erst gar nichts auf Servern. Fazit. Trotzdem leider kein Testsieger heute. Von der App Perfect 365, von der raten wir natürlich dringend ab, aber auch die anderen fünf Apps, die wir analysiert haben, können wir nicht empfehlen. Da sind einfach zu viele Tracker drin. Wenn man die Selfie-Bearbeitungs-Apps in einem größeren Zusammenhang sieht, nämlich in diesem Zusammenhang Gesichtserkennung, dann muss man noch aus einem anderen Grund sagen, dass die schwierig sind. Denn sie gewöhnen uns daran, immer und überall einfach so Fotos von uns hochzuladen. Und je mehr Fotos wir ins Internet hochladen und auf Social Media oder in Apps teilen, desto wahrscheinlicher wird das, dass unser Gesicht in einer Gesichtserkennungs-Datenbank landet. Das US-amerikanische Unternehmen Clearview AI zum Beispiel durchforstet das gesamte Internet nach öffentlich verfügbaren Fotos von Gesichtern, analysiert sie mit seiner Gesichtserkennungs-Software und fügt sie dann seiner Datenbank hinzu. So können zum Beispiel Fotos, die ihr mit eurem Namen verknüpft bei Facebook hochgeladen habt, verbunden werden mit Fotos, die euch zum Beispiel auf einer Demonstration zeigen. In manchen Ländern bestehen die Datenbanken von Strafverfolgungsbehörden schon nicht mehr nur aus Bildern von überführten VerbrecherInnen, sondern die Strafverfolgungsbehörden in diesen Ländern kaufen zumindest probeweise Bilder von genau solchen Unternehmen wie Clearview AI hinzu, also die ganzen Datenbanken von denen und die Software. Das heißt letztlich, dass ihr, egal wo ihr seid, identifiziert werden könntet, sobald dort ein Bild von euch gemacht wurde. Und das in einer Welt voller Smartphone-Linsen und Überwachungskameras. Dystopischer geht's kaum. So eine Macht sollte niemand haben, denn Machtmissbrauch hätte da echt schlimme Folgen. Und auch ohne Machtmissbrauch. Selbst wenn ich heute die Verwendung einer solchen Technik gut heiße, weil ich mit den Absichten der Leute, die diese Macht in den Händen halten, übereinstimme und weil ich die Einsatzgebiete sinnvoll finde. Morgen kann das ja schon ganz anders aussehen, weil andere Leute an der Macht sind oder der Einsatzbereich ausgeweitet oder geändert wurde. Meines Erachtens wäre es deshalb am sinnvollsten, Technologien, die biometrische Daten erfassen, gesetzlich streng zu reglementieren und biometrische Massenüberwachung einfach zu verbieten. Da gibt es übrigens auch eine EU-Initiative, die sich dafür einsetzt. Die heißt Reclaim Your Face. Und jetzt nochmal kurz zurück zu den Selfie-Bearbeitungs-Apps, wo man alles so viel schöner machen kann. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt notwendig, alles immer künstlich bis aufs Äußerste zu perfektionieren. Vielleicht ist das in Ordnung, wenn mal an einer Stelle, wo normalerweise ein Handy liegt, gar nichts liegt. Oder ein Stift. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen. Außer, da auch wir der Macht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo mit, lasst das Glöckchen klingeln und schreibt einen Kommentar. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch Fragen, ob man auch spenden kann, kann man alles dazu in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020